Wieder verbunden. So, ja, ansonsten nochmal neu verbinden, nochmal neu laden. Das ist natürlich immer unschön, wenn das passiert. So, aber jetzt ist alles wieder stabil und grün. Sieht gut aus. Okay, Game of Hunden Ladies, los geht's. Diese Gameplay-Demos sollen nur dazu dienen, Elemente des fertigen Spiels vorzustellen. Und, ich hätte gerne zu Ende gelesen. Version 0.1.1.2 Demo. Hinweis, die Qualität der Demo ist nicht final. Oh doch, ist sie schon. Lass uns gucken hier. Ist ja auch egal. Deutsch an, Deutsch spielen. Aus geht's. Out of the blue. Are you ready to proceed then? Uh, yes. Yes, I'm ready. Good, we're recording now. So, please sir, state your name, age and occupation. Trevor Hills, 28. Das sind wir. Senior Account Manager at INAC. Okay. Although, I'm not sure about that anymore. I'm also the most popular person in Arcadia. But you probably already know that, right? Okay. Subject 10392, you are entering a restricted area. Stop running and surrender now. Oh. Subject 10392. Wir sind mittendrin. Wir sind mittendrin. Okay. Okay. You have to catch me first, you jerk. Ah, ich kann springen. Cool. Spring is immer cool. Hey, Glühwürmchen. Okay. Risiger Baum. Baum mit Baum. Oh, okay. Yes, we know that, Mr. Hills. Please continue. Well, it all began two days ago. Until then, my life was mundane. Just my everyday routine. And I liked it that way. But then, the whole thing with Gus happened. The whole thing with Gus, okay. Gus ist ein Kollege. Kurzform. Okay, der Stil ist sehr cool. Können wir gehen? Nein. Moment, jetzt muss ich da mal kurz schauen. Hintergrund an, auf jeden Fall. Ah, hier. Änderungen anwenden. Jawohl. Danke. Ah, das ist ein besseres Genuss für die Augen. Drücken, um zu interagieren. Okay. Trevor Hills, willkommen zu INAX Gemini Towers. You've been working with us for nine years, ten months and fourteen days. Thank you for your dedication, Architekt of tomorrow. Ja, das schalte ich ja mal ein, damit man das besser lesen kann. Also, das würde mich schon stören, wenn ich hier tätig wäre und jedes Mal würden die mich mit Namen begrüßen. So laut über die Lautsprecher und sagen, wie lange ich schon im Unternehmen bin. Ja, Inside hieß auch das andere Spiel. Uh, okay. Also optisch sehr cool. Cooler Style. Good morning, Roger. Good morning, Trevor. Roger. Roger, Roger. Cool. Es ist bestimmt so gemacht. Voller Hightech, aber halt in den 60er, 70er. Halt, Moment, hier kann ich glaube ich reden, oder? Andy, Clark. Hi. Hallo. Hi, hello. Are you well rested? Remember that you need eight hours of sleep to tackle your day with plenty of energy. Aber natürlich. Aber natürlich. Oh? Hey, ist das Gus? Augustus Reini! Augustus! Augustus! Okay, wieso gewinnt er das da? Okay, also rennen können wir nicht. Oh, schön! Okay, halt! Ja, eben! Ja, das ist schon seltsam, wenn er sich dafür nicht angemeldet hat. Warum gewinnt er dann? Das ist gut. Okay. So viele Details, das sieht gut aus. Okay, ich kann nur zur Seite gehen. Das ist ja nicht schlecht, also wirklich. Ach so, hier ist mein Platz. Ach, der sitzt hier. Ähm, okay. Get ready to lead. Hm. Ich werde extra Stunden arbeiten, dank zu deinen improviseden Vakations, Herr. Gusto, nur für dich. Oh, komm mal! Ich habe mich nicht mehr geholfen. Oh, Mann. Hey, Leute! Habt ihr eure... Was? Gus ist... tot. Oh, na eben. Gas ist tot. Oh! Okay, das ist irgendwie zusammengestellt. Was? Wieso ist der tot? Moment, ich bin gleich wieder da. Moment, ich bin gleich wieder da. Oh, ich bin gleich wieder da. From Ko intact was vor. Ich bin gar nicht crazy. Ich bin graduatesisch. уш ist charlie bek explicitly. 0 So, okay, dann geht's mal weiter. Okay, irgendwie als Überraschungsgeschenk. Gas ist dead. Ha, schon cool gemacht, aber halt. Gäste an der Warnung. Ja, gute Frage. Was bedeutet das? Am I supposed to follow the arrows? Nicht so aus. Ada, Einek? Wait, wait, wait. I can't get into the Ada room. My clearance level isn't... Oh, wir können doch rein. What on earth? Is, is somebody listening to what I'm saying? Ich glaube nicht. Mannequins? Wait, they're storing Mannequins in here? Okay, das ist ja irgendwie unheimlich. Hey, Eiklis, grüße dich, komm rein. Entspann dich. Oh, was ist das? This looks like the backstage of a TV-Studio. Because it is, Trevor. Oh, wer redet da? This is American Arcadia's backstage. Okay, okay, who, who are you? And how do you know my name? There's an earpiece on that table in front of you. Put it on, so we can speak directly. Und jetzt reden wir nicht direkt? Okay. Was ist passiert? Ich, 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 ich verstehe... Ich habe nicht Zeit, um alle Details zu reden, aber... Lange, kurz. Wenn du nicht aus Arcadia rauskommst, dann wirst du sterben. Wie Gus. W-w-what? Der ist wirklich tot? Moment mal, wir haben den noch gar nicht getroffen. Okay. Hey, you, whoever you are, I don't see a way around here. There is a wardrobe case back there. Bring it here and climb on it to get to that platform. Äh... Könnt ihr nicht Steuerung schreiben? Okay. Ja, das ist voll... Limbo-Style hier, Dings da. Ach so, okay. 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 Use your ID card to call the elevator. That'll get you to the top of the INAK West Gemini Tower. I don't have clearance to get to the upper levels of INAK West Gemini, much less make it to the top. Trust me. Do it. Okay, okay, whatever. Do it. Okay. Oh, boy. That doesn't sound good. Mother... Oh, this shouldn't be happening. Toll. Oh, hold on a sec, Trevor. I'll be right back. Wow, okay. What? Oh, shit. They must have updated the admin permissions. Angela, just think, think. I have to get into the server room and use Jeans computer to grant Trevor access to the elevator. What? Okay, jetzt sind wir Angela. Okay, ja. Wie, ist das Game im Game? Oder was ist das jetzt hier? Oh. The weather forecast predicts a blizzard for the next three days. Yay! Yay, es wird sehr kalt. Minus 10. Schön. Hm. Oh, sind wir hier? No matter how hard I try, I always have an awkward expression in my ID photos. Ah, das ist die ja von dem Titelbildschirm, genau. Unser Name ist AS-3BF21. Stage Technician. Tja, in der Zukunft hat man keine Namen mehr, sondern nur noch Symbolwert. Zoom. Äh, mehr geht nicht, okay. Brauchen wir das nicht? Komet, the K9 Cadet. Oder, wie wir ihn in Puerto Rico nennen haben, Celso el Perro del Espacio. Also, ja, okay. Hm, haben wir bekannt vor. Okay. Was? Artificial Intelligence? Yeah. Das ist unser Untergang. So, schön, schön. Da gibt es auch ein Spiel im Pass, wo es sogar mehrere Spiele im Spiel gibt. Die endlose Games in den Games. Programming Data Intense Systems. Magnificance. Del Dr. Luis Peña. Libro. Hier sind das jetzt zwei verschiedene Welten, verschiedene Zeiten, oder wie sehe ich das jetzt hier? Da bringe ich so viel Cola, das Zuckerzeug, ey. Science always find a way. 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 Hey, das kommt irgendwie bekannt vor der Spruch. Aber mit Leben, nicht mit Wissenschaft. Und das war von, von, genau, Alan Grant. Und wo war Alan Grant? Im Jurassic Park. Wehe, das Jurassic Park Spiel wird nichts. Hey, das war aber cool mit dem Hinweis, dass Gast tot ist. Nicht, dass er tot ist, sondern der Hinweis, dass er tot ist. Connect Billboards by Apportments, Coffee, ask to install. Coffee is always a good thing. Louis Peña. The Dog Tax Board. Kann ich eigentlich zoomen? Manager. Ich sehe keinen. Sieht sehr abgespaced aus. Bisschen wie Abstergo hier in Assassin's Creed. Walton Media sind wir jetzt, okay. Kann ich mal was anderes angucken? Oh, hier. Ein Blümlein. This little plant managed to survive, despite my black thumb. Man leitet praktisch einen Waschsalon mit zusätzlichen Arcade, Arcade, Arcade Spielen, was auch immer, an denen die Kunden sich die Zeit vertreiben können und die kann man nebenbei auch spielen, während die Maschinen laufen und wenn kein Müll rumliegt. Ach so, okay, ja. Ja, wie bei dem einen Horror Game, wo man dann auch ja nochmal so ein Souls-like spielen konnte. This little plant managed to survive, despite my black thumb. Ja, wie black or brown. Entscheide dich. Oh, I'm such a mess. Someday I'll have to get this huge mountain of paper in order. Hm. Aber die beiden Stimmen gefallen mir richtig gut. So, jetzt müssen wir hier raus, nicht wahr? Okay, das ging schnell. Ach, das... The hallway to the server room is tracked by three surveillance cameras. I need to get close to the cameras and upload the loop footage from my cell phone. But I have to be sure, the right video is uploaded to the right camera. Oh, okay. Ähm... Loop Corridor, Loop Server, Loop Lobby. Also das muss ja wohl der Corridor sein. Kann ich es einfach ran oder löst das Alarm aus? Interagieren. Hier die Menü-Knöpfe. Das sieht echt cool aus. Äh... Ja, hier, nicht wahr? Link to Camp 1. Ja. Sieht ganz gut aus. Was ist hier? Hier ist irgendwie roter Bildschirm. Das ist nie gut. Was haben wir hier? Gott, ey, Hilfe. Einek. Join the Vivian. Vivian, wo bist denn du wieder? Wo ist mein Kaffee? Wer ist das hier? Ach so. Oh, hier. Aha. Immerhin ein Bücherregal. Das ist was Tolles. Arcadia Dome. Arcadia Dome. Oh. Okay. Wie und was ist da drin? Ist da die andere Welt drin? Oder wie sehe ich das? Oh, was haben wir hier? Arcadia Project. 1959. I'm pretty sure that the board of directors would have gladly erased Kovacs from this picture if they could. Ah, okay. Ne, das sind Automaten mit so richtig alt gemachten Spielen. Ach so. Ich bin pretty sure that the board of directors would have gladly erased Kovacs from this picture if they could. I'm pretty sure that the board of directors would have passes Kovacs from this picture if they could build the camera. Oh. Wieso das? Moment. Ist hier ne Kamera, oder bin ich hier bloß jetzt... Ah doch, hier is einer. Äh. Das muss das sein. Hier ist das Gesicht. Nicht wahr? Ja. Ja, ja doch, das ist der. Okay. Das haben wir hier so. Wasserspender. Kopiergerät. Was für eine Maschine. Taste a moment. Blitz Cola. Ah, nein, das wollen wir nicht. Da wollen wir. Lieber Kaffee. Davon wollen wir noch runterkommen. Vivian ist also ein Asshole. Ah, okay, alles klar. Server Room. What? Was ist das? Oh, das kann... Oh, wow, okay. Stupid. Das ist doch extra so gemacht, oder? Das ist bestimmt eine Falle. Ah, warte, hier war da noch eine andere Kamera. Ich brauche noch... noch mal so ein Bild. Wo soll das sein? Blur 21. Control. Außer vom Style. Mega gut. Gefällt mir richtig gut. Aha. Meeting Room. Okay. Ah, hier ist noch eine Kamera. Was ist das hier? Ja, kann ich nicht rein? Die arbeiten hier zusammen. Die arbeiten hier zusammen, okay. Hm. Überall Glas. Ist ja gar nicht für dich. Ah, hier, warte mal. Oder? Doch, das muss es sein, oder? Äh, ja doch. Ach, hier, das ist die Tante. Vivian Walton. Die beloved Heiress of the Walton Empire. Ugh. Ja, ugh. Ja, so sieht die schon aus. Don Walton. What a prick. Okay. Alles gute Leute, wie es aussieht. Also das ist noch der Gute und dann sind sie alle echt gut geworden. Aha. So. Do you want to upload all cameras? Äh, ja, warum nicht? All the videos are uploaded and playing the loops. Zitrone heiß bonbon. Alles bonbon. Ja, danke dir. Irgendwann ist die Stimme heute so schrecklich, ja. Okay, jetzt haben wir das Loop aktiviert. Und jetzt muss ich aber wieder zu dem Surferding, oder? Hier, nicht wahr? Ja. Was war das? 1, 2, 0, 8. Ah. Okay. 1, 2, 0, 8. Tada. Door open. Kein Alarm? Ich dachte, es war jetzt eine Falle. Okay, okay. Ich werde hier einfach logieren und grant Trevor access to the... Shit. Those Tackleberry-Assholes are coming down. What? Hör auf mich, Trevor. Vergiss über den Elevator. Du musst einen anderen Weg raus finden. Und schnell. Ich bin ein Account Manager. Ich finde keine Dinge. Die einzige Dinge, die ich finden kann, sind Fehler und Balance-Schläge. Geh einfach aus dem Weg, bitte? Geh in das Werkzeug und wir versuchen, etwas zu denken. Kameras sind bereit. Oh, das ist hier wie Watch Dogs. Beim Kamerasymbol und zwischen Kameras... Hä? Ach so. Und was soll ich jetzt machen? Die Maus bewegen, um ein Gerät auszuwählen und drücken, um zu interagieren. Aha. Ähm, okay. Und jetzt sind wir wieder hier. Ah, aha. Ähm. Was war das? Das hier, ne? Okay. Ich hab keinen Teddybär. Wie mach ich das jetzt? Ach so. So? Ist das okay? Hä? Ach so. Das muss direkt drüber sein. Okay. So? Ach so. Du kannst gar nicht weiter. Du kannst aber... Du kannst aber hier hoch. Ach so. Ach so. Okay. Wolle, wolle. Was? Nein, ich will nicht, dass die dieselbe werden. Wow, das ist jetzt wo? Ach, hier oben ist das. Und wie komme ich jetzt hier rüber? Aha. Also hier hoch? Ach, und dann hier rüber wahrscheinlich, oder? Ah, okay. Okay. Aha, hier ist Schluss. Interessant. Und hier? Achso, dann können wir wahrscheinlich wieder hier anfassen. Und hier hoch. Oh, die suchen nach mir. Oh, eine Drohne. Ja, okay. Oui. Welteraumpolizisten. Oh nein. Okay. Andere. Das heißt, sind schon mal welche abgehauen? Oh, wow. Ach komm, erzähl nicht. Ich. Wow. Announced. Shut up. Who cares about this guy? Anyway, let's take five and we'll record it in one go, okay? Wow, okay. Wenn ich da palace! Und in diesem Sinne, ja, also... Ja, wer dazu auserkommen wird, und gar nicht teilgenommen hat, wird einfach entsorgt. Warum auch immer. Das ist nichts gutes, wenn man das gewinnt. Das ist dann das Ende. Oh. Oh, wow, okay. Okay. So, und jetzt? Achso, wieder auf die Kameras gehen? Was haben wir denn? Ey, das ist echt wie, äh, wie Watch Dogs. Ja. Das ist es. Sieh? Es war nicht so schlecht. Ich habe gerade herausgefunden, dass ich nicht mehr wissen, oder warum du das machst. Ich würde nicht mehr Informationen geben, jetzt. Für die Sicherheit. Aber du kannst mich Kovacs. Kovacs? Wie, wie meine Turtel? Was? Nein, Mann, Kovacs, die Ungarischen Wissenschaftler und Architektur von morgen. Wissenschaft immer findet ein Weg, und alles. Oh, ja, ja. Arpad Kovacs. Ich war ein großer Fan, auch. Ich nannte meinen Turtel nach ihm. Wieso? Warum stimmst du deinen Turtel in diese Konversation? Oh, komm mal, Trevor. Even mein Grandpa könnte das. Subjekt 10392. Halt es gleich da. Was? Testpersonen? Ich habe keine Testpersonen. Los! Schnell weg von denen. Weltraum-Polizisten. Niemals. Mach ich ja auch. Du kannst mich mal. Äh, okay, was? Wie? Äh, ah! Oh, shit! Oh, nein! Oh, das ging viel zu schnell. Was? Ah, ich habe vergessen zu drücken. Ach, scheiße. Okay, das ist ja... Oh, wieder zu spät. Oh, nein, 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 nein. Mach über den Turtel, Trevor, schnell. Der Turtel? Ja, trust mich. Okay, warte, warte. Okay. Oh, nein, 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 nein. So, diesmal hast du keine Chance. Aha. Oh Gott, wie schnell muss ich denn das sein? Scheiße. Was, wie schnell muss ich denn das machen? Okay. Okay, komm. Diesmal müsstest du es doch schaffen, oder? Oh Gott, stutz bloß nicht dazwischen runter. Ach du Scheiße. Renn! Oh! Oh, come on! Oh, Mann. Ich vertraue dir so sehr, dass ich schon wieder zehnmal gestorben bin. Trevor. Komm schon. Ja, okay. Oh. Diesmal kriegst du mich nicht. Kovacs, ich schaue an ihnen. Jump, jump so weit wie du kannst. Ich jumpe. Was? Hast du in ein Swimmingpool aus dem 20. Flur des Flusses? Wie schnell. Natürlich schnell. Schneller am schnellsten. Genau. Oh, es wird noch besser? Ah, das war die Demo. Oh, Mann. Ja, ich habe es auf der Wunschliste, aber wie gesagt, ne? Thanks for playing. Ja. Okay, das muss die auf jeden Fall gewesen sein, die uns Golf hat. Hier, die neben uns steht. Hm, dahinten ist die Böse. Okay, die Vivian. Dann kommt die Weltraumpolizisten. Da aus wie die von Dread. Okay. Cool. Doch schon, auf jeden Fall. Feedback geben. Wischlust habe ich schon, ja. Szene? Achso. Also ich würde mal sagen, das hier, die erste Szene, wo wir in dem Wald sind, das ist dann schon die Zukunft. Das kommt normalerweise später, würde ich schon meinen. Okay, sie ist also von außen. Also ist das dann in der Kuppel drin? Oder ist das was anderes? Ja gut, am Anfang weiß ich jetzt nicht genau, was die Symbole sind, wie du die drücken musst. Das ist dann schon. Das müssen wir natürlich erstmal lernen. Okay, aber sonst. Ja, doch, erinnert mich schon an. Wie hießen denn die anderen Games? Die waren auch sehr cool. Limbo und das. Wie hießen denn die anderen beiden? Hm. Schon so lange her. Ja, cool. American Arcadia. Überall die Kameras. Dann wären die entsorgt. Durch diesen Gewinn. Aber wegen was? Wieso wollen die... Wieso haben die den Gast entsorgt? Das war doch ein Kollege von uns. Wer denn hat irgendwas gemacht, was wir noch nicht wissen? Oder irgendwas ist mit dem Unternehmen oder ähnliches? Kann vieles sein. Dann haben die gesagt, ja, hier, du gewinnst das. Ich habe mich da gar nicht angemeldet. Ja, doch, du gewinnst das. Wir werden dich jetzt entzogen. Du hast eben nicht ernsthaft Wald gesagt. Was? Wald? Ich habe jetzt nicht Wald gesagt. Äh, hm. Das klang vielleicht wie Wald. Hm. Na ja, okay. Ja, hat mir richtig gut gefallen. Gut gesprochen. Gute Option. Sound finde ich auch richtig gut. Arzt da ist cool, ja. Frage ist natürlich auch, mit wem reden wir eigentlich in diesen Gesprächen zwischendrin, dass wir die Geschichte erzählen. Also wenn es so ist wie Limbo und die anderen, die so ähnlich sind, dann wird es auf jeden Fall einen interessanten Twist nochmal mitgeben. Oder irgendwelche Offenbarungen. Hm. Na gut, na gut. Okay. Ja, ich muss mal schauen, ob das jetzt hier auch auf der Tube landet als Demo oder nicht. Weil, wie gesagt, vorher hatte ich keine Verbindung hier. Ich weiß nicht, ob das dann gut passt. Ja, also ich werde jetzt nochmal eine kleine Pause machen. Dann werden wir schon mal starten mit einer kurzen Horror Game Collection. Mit der ersten. Und wenn wir mit der dann durch sind, wird es die nächsten Tage dann die Nummer 3 sein. Wenn ihr euch wundert, wo die 2 bleibt, ich kann es euch nicht verraten. Es gibt halt nur die 1 und die 3. Ha. Ja, so habe ich auch geguckt. Ja, das war die Demo von American Arcadia. Also ich gebe da 5 von 5 Demo-Punkte. Ja. Schön. Schauen wir mal. Vielleicht sehen wir es hier auf dem Kanal. Okay. Okay, dann bin ich immer noch zu amüsiert über die Lösung einer Frage eben in der Quizshow, die ich nebenbei an habe. Was? Nebenbei? Das gehört sich nicht. Gut, gehen wir auf meine Ladies. Das war es erstmal für die Demo. Und wir sehen uns, wie gesagt, so 15, 20, 30, 45 Minuten später wieder. Mit einer Horror Collection. Das sollte auch von 6 von 6 Games sein. Ich freue mich sehr drauf. Die Frage ist natürlich, sind das alles Einzelgeschichten? Oder sind sie am Ende miteinander verknüpft? Wir finden das dann raus. Okay, das war es jetzt. Ich baue nochmal um. Vielen Dank fürs Dabeisein. Fürs Reinschauen. Vielleicht zum Nachschauen. Bis zum nächsten Mal. Also später dann. Dankeschön. Herr Christoph, danke dir. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.